Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Komm, hol uns das Tastchen auf! Die spannenden Ausstellungen, wie aufs Mal alles zusammenfällt, sind auch im Punkt, sonst sei es heute die Eröffnung. Und unter den Künstlern, die zusätzlich auch hier sind, ist eigentlich gar nicht abgesprochen worden. Und ich denke, es ist verblüffend und erstaunlich, wie sich alle Arbeiten auf einer Ebene begegnen, sei das die Ebene vom Material, vielleicht vom Plastik, sei es inhaltlich die Strategie der Provokation und der Verführung. Die Strategie von Interpixel ist ganz deutlich ablesbar und ich finde, das ist eine höhere Qualität des Künstlerpaars. Es ist eine gestaltete Arbeit und ich kenne sie schon über länger und ich habe sie darum eingeladen, weil sie ganz gern und ganz gezielt auf ganz spezifische Situationen reagieren, künstlerisch reagieren. Und wir haben in diesem Monat das Jubiläum von 125 Jahren Burbaki Panorama. Das ist das Ereignis, das noch einmal 10 Jahre früher stattgefunden hat. Das ist das erste Mal in 1871, wo die Schweizer die französische Armee, die Burbaki Armee, entwaffnet haben. Sie führen ganz konsequent das Bild, das sie mit Megabaster benennen, führen sie weiter zur Entwaffnung und tun das intellektuell und spielerisch, sie das wie aufs Kinderzimmer runter. Sie sind eingeladen, älteren Kinder diese Waffen zu uns zu bringen, ins Kunstpanorama. Interpixel gibt Ihnen ein Zertifikat und wenn Sie diese Waffen abgegeben haben, kommt das in die Sammlung, in die Entwaffnungslandschaft, in die Schneelandschaft, die Sie dabei haben und Sie bekommen zusätzlich ein Ticket, das Sie mit diesem Zertifikat bekommen und bis Ende Jahr das berühmte Burbaki Panorama Bild anschauen können. Ich danke Ihnen vielmals. Hallo, Elis. Halt ein Seil an der Beeren. Vielen Dank. Vielen Dank. Machst du das Löffel? Ja. Ja, die sind... Ja, die haben hier Arachen. Ich habe hier Arachen. Ich habe hier Arachen. Nein. Das... Weisst du, sie macht das Glas mit dem Löffel. Das ist ein Engel. Achso, jetzt spielen wir weiter. Ich habe das Löffel. So muss ich wimmen. So muss ich wimmen. So muss ich wimmen. Fass dich weg. Und du hast w === Und du ... Und du ... Ohne Wärme und bis Ende Jahr. Ich bin froh, dass Sie zu uns ins Kunstplanorama gekommen sind. Ich lasse Sie gerne noch ein zu einem Glas Wein. Vielen Dank, Eva-Maria und Philippe für Ihre Arbeit.